Hallo, hier ist der Entdeckerfuchs. Gehört ihr auch zu den Wohnmobilbesitzern, die einen Rückspiegel haben, den ihr nicht benötigt? Habt ihr den abmontiert und seht stattdessen auf diese hässliche Schraube? Ich habe eine einfache Lösung für euch. Die Lösung ist eine Abdeckkappe aus Kunststoff, die ihr ganz einfach mittels 3D-Drucker herstellen könnt. Die entsprechende Vorlagendatei habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Einfach drucken, aufstülpen und fertig. Sieht in jedem Fall viel besser aus. Viel Spaß damit, wünscht euch euer Entdeckerfuchs und allzeit knitterfreie Fahrt.